Schauen wir mal. Schießen wir mal hin. Zack. Wenn ich jetzt meinen eigenen Tweet hier rauskicke, lösche ich den dann nur aus unserer Liste und jetzt ist er weg. Und Sandra ist auch letzten Endes diejenige, die entscheidet, was bei mir auf meinem iPad landet. Ich habe aber trotzdem auch verschiedene Möglichkeiten, diese Sachen, also diese Comments, die mir zugeteilt werden, zu verteilen, oder? Wir müssen noch verabreden, dass du mir erst dann einen Film sozusagen auf mein Fett schickst, wenn du sagst, okay, wir haben ihn benannt, wir wissen von wem er kommt, er ist runtergeladen und liegt vor. Das kommt jedes Mal in der Sendung. Bei Ilna habe ich das gesehen, überall sagen Leute, hey, die tut doch nur so, in Wirklichkeit fährt das die Regie ab. Und jetzt möchte ich nicht, dass das so rüberkommt. Lieber, dass ich hier mal Scheiß baue und man sieht das, dass ich da gerade versage vor der Kamera, als dass die Leute meinen, wir faken das. Ja? Nee, nee, das wäre nicht so komisch. Dass ich Scheiß baue. Weiß ich auch nicht.